Willkommen meine lieben Freunde auf YouTube, wir sind zurück bei Puffhinder Kingmaker, wir sind hier bei der Abandoned Hut, wir werden hier wahrscheinlich etwas über den Stag Lord, den wir hier loswerden wollen, erfahren. Schauen wir mal. Wir sind auch live auf Twitch, schauen wir mal. Ich sehe mich immer wieder zur Seite schauen, aber noch hat keiner von meinen ehemaligen Schülern oder jetzigen Schülern irgendwas reingeschrieben. Das heißt, wir ignorieren alles, was auf Twitch stattfindet. Guardian of the Bloom. Das ist eine Böse, ich weiß das. Jetzt wissen wir es noch nicht. Nur hier, please follow me. Na okay. Wieso braucht es eigentlich mich, wenn sie selber dorthin geht? Ich glaube, das mit Alt sehen wir Sachen. Guardian of the Bloom. Father, please. I looked for the herbs you asked for. Just silence. Did you forget the rules you speak when I say, help Father. Three times. Sehr gut, sehr gut. So muss man seine Kinder nun gehen, wenn sie nicht gehorchen. Das muss man machen. Staircase decayed and collapsed long ago. Can't be climbed. Okay, dann müssen wir wohl in diese Richtung weiter gehen. Ja, da gibt es noch was. Rotted wooden racks long ago used for drying herbs. Okay. This requires your attention. Was? Hey, wir finden da drinnen was. Was? Ein Peridot. Und eine Potion of a large person. Ha, das ist gut. Ein large person ist gut. Das ist wirklich gut. Das macht die Person sehr, sehr viel stärker. Was ist das? Mage Armor. Die braucht keiner von uns. Restoration lesser. Und wahrscheinlich auch keiner von uns gleich. Mhm. Mhm. Das ist ein ferociouses Wolf. Let's strike is one. Ah. Wir wissen genau nichts über diesen Wolf. Inspect failed. Ah. Verstehe. Sie hat einen Siebener, weil sie einen Einser gewürfelt hat. Na super. Amiri, du bist vollkommen unbrauchbar. Na gut. Äh. Ja. Du. Das ist jetzt dein Gegner. Du greifst direkt an. Du machst Rage. Du machst... Ich weiss gar nicht, ob ich das jetzt mit dir machen sollte. Was ist das? Shield of Faith. Ah. Jetzt haben wir mal ein Shield of Faith auf dich. Warte mal. Du. Greif doch bitte den an. Warte mal. Bist du teppert. Die macht einen Autsch. Ja gut. Hör mal auf mit dem. Das werden wir ja wohl schaffen auch so. Sehr gut. Skinnen wir diese Dinger? Nein. Nein. Okay. Warte mal. Bushes grow in the vial. A clear sign that it was abandoned long ago. Ah, das ist so ein Brummen-Sign. Und hier gibt es auch was zum Aufheben noch. Einen Brief. Nugras Old Notes. Ah. Das war jetzt ein Fehler. Jetzt muss ich erst da reingehen. Schauen wir mal. Was sagt Nugras Old Notes? Ist jemand da? Nein. Kann er dir zuhört? Gut. Passt. In Early Spring willow's leaves are the same color as her eyes. His too. I barely hold myself from burning them out with acid. Tis his fault. Tis his fault. Despicable. Weak. If it was not for him. She would still be alive. Does not talk to me. Looks away. Plant something. I know. I know. I have to gather forest herbs and make a hiding place. Hide my charms. He is a coward. But he can't steal and run away. I will punch it out of him. Everything hurts. I can barely walk. How could he? How? He would never bring himself to confront me on his own. He says his name is now Stag Lord. He says he will not let me die or let me go. He says I should not be calling him my son. Like I ever did. He told me to pack my things. We are leaving soon. He now has his people and his own fortress. I'm hiding the charms in the herbs cache. I probably should not. I will not be able to escape. He will not let me. In the herbs cache. Na, Sean. I know where we are going to find out. What's that? Is that the herbs cache? No. Sonsten hangt das hier? No. Stop, 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 stop. Finden wir das jetzt leichter, den herbs cache? Wenn wir wissen, wo wir suchen müssen. Ah, noch eine Szene. Where have you been? I told you to prepare everything for the ritual. You will never give me orders again. Nicht. What? Well then, summon your power. Or maybe you'd like to try the acid. Not your toy. Not your son. Enough. I won't kill you. Your powers will be of use to me. From now on you. Blah, 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 blah. Okay. Soll ich sein? Kann man das da nachlesen? Ah ja, wirklich. Ah, da sieht man sogar, dass es der Stag Lord war. Noch jemand im Chat? Na gut. Ja ja, es sind Ferien. Kaum sieht man sie eine Woche nicht. Schon haben sie einen vergessen. Disobedience leads to punishment always. Okay. A small deserted timber shed. Uh, ein Ring. Ein Topaz Ring. Was ist das? Push noch rein. Ist auch gut. Das heißt locked. Können wir das nicht aufmachen? Keiner von uns kann lockpicking? Ach. Wir müssen nicht aufsprengen. Echt jetzt? Oh, meine weine Wälder. Sie werden in diesem Bogen perischen, bevor es lange in diesem Bogen verliehen. Es scheint, dass nur Sie sehen oder hören können. Es war ein Mann in meiner Familie. Er ging umgekehrt, um zu hören, zu hören. Nach einem Zeitpunkt haben sie gesagt, dass sie aus einem Berg auf dem Berg. Be careful, was Sie hören können. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Sie hat nicht ganz unrecht. Die Druid's notes mention a cache he created using herbs. Das ist ein bisschen von der Magik der Menschen. Aber es ist ein Trick, das wir nymphen lieben, wie Sie benutzen. Herb und Blöden können sich behaupten, wie sie herausfinden. Sie können sie herausfinden. Sie stellen einen Herb in einem Schuss, das Sie wünschen, zu schützen. Sie werden die Schüsse aus den Augen von von einem anderen. Sie stellen die Herb dort wieder, und sie werden herausfinden, was hidden ist. Ja, 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 was auch immer. Ja, ich würde es ganz gerne wissen, weil ich fürchte, du bist eine bösartige, widerliche Kreatur. Ja, 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 was auch immer. Sowieso lügen. Das stimmt alles nicht, was du da erzählst. Ja, ja, was auch immer. Ja, 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 ja. Ja, ja, ich würde es, ihr stata und rechtlace, und endlich spotsät sie beherldet, was ihreri und hausge... wirklich. 조금 etwas mehr sagen... Aber es ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen uns auf die Probleme auf unserer Tür. Der Staglord, der Druid. Ja, ja. Die Soil, Wasser und Stöhne hier sind mit toxischen Schmerzen und Angst. Die Schmerzen in diesem Ort, als wir sprechen. Du hast gesehen, wo deine Reise begonnen hat. Der Staglord, der an der Staglord war eine Kru-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt-matt. Jetzt sehen wir, wie eine Schmerzen sind. Und während wir kommen, ich will mich aufwarten. Das sieht man? Das ist ja gut aus. Edible Moss. Na gut. Na dann. Hey! Token of the Dread. Fancy und bone necklace. Und was ist das? Silver chain. Und was ist das? Jade. Geld also im Großen und Ganzen. Wooden house. Time-worn and apparently it deserved it. Uh, noch ein Letter. Nur noch etwas Lost Notes. Was? Nein! Dimensional Temple of the Elk. Can this help us? An ancient Temple. The Temple of the Stad God. Yes, yes, that must be it. The place of power where the Druid created the fog. Of course. What did you do now? What did you think of before? The temple hides in the thicket not far from here. You will need to go there and purge the place of... Yes, yes, whatever. I would like to see that. The stone altar is decorated with eroded foliage. Herten and symbols of green. So, let's see. Can we go there? No. Where did he go there? Where did he go there? Where did he go there? Not yet. I'll carve my name into your flesh. Die, die, die! Die! So, du... Machst den doch bitte zu deinem... Preferred Enemy. Mhm. Das war nicht wirklich notwendig, offensichtlich. Yay! The ground near the chest is covered with culinary herbs. They dried long ago. Ah, da ist nichts drinnen. Warte mal. Culinary herbs. Dann gehen wir doch glaubt das da rein. Ich glaub, eins wird reichen, oder? Wenn wir reingeben. Wann haben wir das hier gefunden, oder? Nein? Ja, äh... Culinary herbs they dried from not long ago. Na gut, dann müssen wir halt was anderes finden. Also, ich glaub, wir haben den Stash gefunden. Äh... Schauen wir mal, was für andere Herbs wir hier noch finden. Haben wir da oben schon geschaut. Also, wenn irgendjemand von euch weiß, wie ich das finde, kann er ruhig... mit mir darüber reden. Ah ja, das ist Lock. Das haben wir ja schon geklärt. Das war's. Mehr finde ich hier nicht. Wann ich irgendwelche anderen Herbs einstecken? Äh... Du wachst Lost Notes. Das ist das, was wir gerade gefunden haben. Mit dem Elk-Tempel. Also, I went to the old temple of the Elk again today. Wicked gloomy place. Just like my soul. It used to shine once. And it's hollow and horrible now. Did he spy on me? Maybe I should lock him up. No, let him be. What can he do? The useless coward. Just wimp and hide. Okay. Man kann sich manchmal auch... Ähm... Man kann sich manchmal auch täuschen. Du weißt das schon, oder? Offensichtlich. Du hast das etwas zu spät mitgekriegt. Na gut, das Edible Moss war wahrscheinlich nicht das, wo wir hinlegen hätten sollen. Weil sonst... ...hätten wir ja was gefunden. Vielleicht die Onions. Das fällt noch unter... Unter Kräuter. Unter... Hm. 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 Interesting. Ja? Naja, kann man nichts machen. Vielleicht finde ich es noch. Vielleicht finden wir ja noch was. Was wir dann dort reinlegen können. Wir sollten sowieso nochmal herkommen, wenn wir dann jemanden haben, der diese Dinger machen kann. So. Was ist das? The Oak that Strayed? Nein. Bogart Hunting Crowns. Äh... Da ist der Temple of the Elk, oder? Ja. Na dann, gehen wir mal in diese Richtung. So. Links oder rechts? Gibt es da einen Weg über die... über den Dings da drunten? Gibt es da einen Weg über die... Gehen wir mal links, was solls? Und... Uh-huh. Ein random encounter. Wir können das nicht umgehen. Leider. Na dann, schauen wir mal. Hauen wir drauf. Vielleicht ist es aber auch gar nichts zum draufhauen. Technik League Mages, die sind freundlich, diese Leute. Das ist für die Kampagne, was wir nehmen, wir attacken sie immer. Wir fragen uns erst einmal, was ist die Technik League? Eine sehr sehr interessante Organisation von Numeria. Leute, mit denen du besser nicht starten, und denen du besser nicht bother mit foolishen Fragen hast. Finde ich gut. No negotiations with slavers. Nein, das stimmt gar nicht. Aber wir könnten sie versklaven. Wir sind Lawful Evil. Ich glaube, Slavers an und für sich sind jetzt nicht so das Schlimmste für uns. Du kannst sicher nicht sprechen. Mal sehen, wie du kämpfst. Na, Chaotic Evil ist das, was am nächsten bei mir ist. Ja, Lawful Good ist genau so nah bei mir. Ähm... Big Mistake. Meinst du? Dann werden wir gleich sehen. So... Du... Erstens machst du das hier. Zweitens drinkst du das hier. Du... Nein. 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 Was ist das? Q Moderate Wounds. Nein. Nein. Was ist das? Shield of Faith. Was ist das? Auf... Dich. Ich... Ich mach... Das hier... Auf... Den Mage mal. Und du... Gehst einfach mal näher ran. Und kämpfst mal. Und kämpfst mal. Können wir gleich einen Sturmangriff auf sie machen? So. Perfekt. Amiri. Töte. Du. Mach das. Und... Töte. Unworthy. Ha ha ha. Ha ha ha. Ah ja. Wir machen auch Schaden. Das ist gut. Was? Kaws 4. Sag mal. Spinnst du? Ach Gott. Naja. Ein bisschen Dings. Ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht von Magiern. und in den. Bist du irre? Din, rügel. Stark. Bist du irre? Oh schon. Ja! Mhm. Bist du irgendwann mal wieder so weit und kannst du wieder zurück? Wie lange dauert dieses Kurs 4? Wieso gerade dich? Meine Liebe. Wie lange hält das an? Frightened. 6 Sekunden. Das heißt noch eine Runde. Mh, Power Attack. Frightened. 4 Sekunden. Bist du irre. Okay, gut. Also den Magier sind wir mal los. Finde ich gut. Du? Also es nächstes Dein hier. Bist? Cast a scornful eye on your fallen companion. This is precisely why you should not have resisted the will of the Technic League. Enough of this comedy. Hide your weapons. I shall take this carrion. Pray the rest of you will escape the same fate. We cannot stand against them. Accept it. They have won. I shall go with them. Seek me out. Was? Wir geben doch nicht auf. Vor allem. Sie haben nur noch den Hauptzauberer und diesen Bogenschützen. A fatal mistake. Ja, das mag sein. Amiri. Kill mal sie. Du? Trink doch mal. Du trink auch mal. Du trink auch mal. You have crossed paths with the Titan. Haha. Von wegen. Hier kommt's davon. Könntest du bitte das Ding trinken? Tja. Und schon haben wir sie besiegt. Ja. Gorum schaut dich an. Wir lassen niemanden zurück. Ah ja. Du kannst dich nicht mehr. Follow Kalanas Trail. Den werden wir auf jeden Fall machen. Dort kriegen wir nämlich Leute her. Die dann mit uns mitrennen. Und der andere Magiebegabte endlich. So. Inventory. Ah. Wie schaut das aus? Noch immer niemand da? Nein gut. Passt. Ah. Was haben wir da für Waffen? Wir haben da ein plus eins Longsword. Was mit dir? Wieso hast du kein Schwert? Ja. Könntest du bitte dieses Schwert nehmen? Das gibt's ja wohl nicht. Ja. Ich hätte ganz gern, dass du dich heilst. Super. Das war jetzt nicht unbedingt großartig. Okay. Okay. Na dann. Follow her Trail. Die sind super. Geht's denn da raus? Geht's da raus? Ne. Na doch da. Was echt jetzt? Wir müssen dann weiter mit nachrennen. The insidious henchmen of the ominous Technic League have disappeared into the thick wildness of the mysterious stolen lands, but not for long. Soon we'd be upon them. First though, we'd have to pick up their trail. So, to do that, we, knowledge arcana 20, ich jetzt erkannt das sie mit plus neun. Gar nicht einmal so schlecht. Try to understand based on what we've seen, what kind of spell Kalana used to get away and where it could bring her. Knowledge word. Try to find anyone who could have seen. Na okay, da haben wir noch ein plus drei. Und, without searching for other ways to simplify our work, we followed the train of the Technic League. Da haben wir ein plus sechs. Das heißt, am besten haben wir eine Chance und tatsächlich über knowledge arcana. Da müssen wir nur ein elfer würfeln. Hier müssen wir einen zwölfer würfeln. Und hier müssen wir einen, auch einen zwölfer würfeln. Ja okay. We failed the check. Na gut. Fortunately, we, we can do other things as well. Na dann versuchen wir mal das. Failed the law nature check. Was heißt, we failed the law nature check. Offensichtlich haben wir trotzdem geschafft. As I have written before, the stone lands are mysterious, covered in thick, and not just any thicket, but an especially dense one. A henchman of the ominous technique league, who, as we recall, are insidious, used the bla 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 bla. Okay. Wir haben es gefunden. Wir haben es gefunden, obwohl wir es nicht geschafft haben. Finde ich gut. Finde ich gut. Machen wir ein Lager. Amiri, why don't you wear serious armor? Your entire body is covered in scars. So what? I'm a barbarian, not some princess. It's like that with us. The more scars, the better. Okay. Na super. Wir brauchen mehr Kollegen, die sich darum kümmern, dass wir nicht attackiert werden. Du machst das auf den und greifst ihn dann auch gleich an. Du greifst da unten an, sagen wir mal. Was heißt, my life is a burden? Könntest du bitte deine Fähigkeit einsetzen, wenn ich dir sage, dass du deine Fähigkeit einsetzen sollst? Und dann diesen Typen angreifen als nächstes. Jetzt. Was? Du. Mach mal den als nächstes Ziel. Du. Greif einfach an. Okay. Gut so. War's das? Können wir uns nachher wieder hinlegen? Tja. Können wir das nächste Mal das Camp besser verstecken? Immerhin sind wir jetzt geheilt. Tja. 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 Laut dem Bild ist sie aber nicht covered in scars. Okay, gut. Herrschaften, YouTube-Menschen ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!